Ich bin Males, komme aus Berlin. Ich studiere Bildhauerei und arbeite hauptsächlich mit dem Medium Film und zeige auch beim Performing Arts Festival einen Film. Der heißt A Pleasant Stay und ich habe den in einem großen Hotel gefilmt in Berlin und die Bühne ist quasi das Hotel selbst. Die Schauspieler sind die Hotelbewohner. In meinen Filmen suche ich oft Menschen aus einer bestimmten Gruppe, also eine bestimmte Berufsgruppe oder eine bestimmte Straße und dadurch werden die Menschen zu Schauspielern, spielen aber immer auch sich selber und das finde ich halt so interessant. Dokumentarische Sicht auf die Menschen ist und trotzdem im gleichen Moment auch eine Rolle spielen. Musik